Ja, wir sind zurück in Viktoria 3. Wir spielen immer noch Schweden und hier ist der Norddeutsche Bund, Österreich, Frankreich. Wir stehen eigentlich mit allen Ländern ganz gut. Ich kann mal die Beziehungen rauspacken, ihr seht. Also wir sind eigentlich mit allen Ländern ganz gut dabei, außer mit Hannover, warum auch immer. Die Beziehungen zwischen Schweden und Hannover sind tatsächlich schlecht. Also ja, aber Hannover erobern möchte ich eigentlich nicht, weil uns das nur Ärger bringt mit dem Norddeutschen Bund, die ja wahrscheinlich das Deutsche Reich gründen möchten. Ja, das würde uns Ärger bringen. In Österreich sind die Beziehungen auch nicht mehr so gut, wie sie früher mal waren, weil wir Krieg hatten. Sie haben sich nämlich tatsächlich auf der Seite Dänemarks in den Krieg eingeschaltet. Und das bedeutet, dass wir im Krieg miteinander waren. Wir waren auch im Krieg mit der Hudson Bay Company, mit der wir ein neutrales Verhältnis haben, interessanterweise. Die Vereinigten Staaten sind einvernehmlich mit uns. Das hier ist auch, das gehört zu Großbritannien, gut zu wissen. Großbritannien mag uns, Spanien mag uns auch. Das gehört zu Frankreich, Frankreich mag uns auch. Das ist schön. Und was dazu gehört das hier? Das gehört zu den Vereinigten Staaten. Ach, die haben auch Kolumbien hier in Afrika, interessant. Na gut, sollen sie mal haben. Russland mag uns auch. Ja, mit Russland stehen wir eigentlich sehr gut. Russland ist ja auch hier unser direkter Nachbar. Also zumindest, ja doch, hier oben ist es unser direkter Nachbar. Ja, also zumindest zu Norwegen, was ja unser Vasall ist. Und indirekt über das Großfürstentum Finnland, was wiederum der Vasall von Russland ist. Also im Prinzip. Ich weiß nicht, was genau dieses 3 hier bedeutet. Und hier ist eine 2. Vielleicht ist das die Stufe. Und hier ist eine 1. Wahrscheinlich ist das dann die Stufe der positiven Beziehungen. Stufe 1, Stufe 2 und das ist dann Stufe 3. Kann ich mir gut vorstellen. Und die negativen Beziehungen haben das wahrscheinlich auch. Da haben wir hier eine römische 1, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Das müsste eine römische 1 sein. Also römische 1 nach unten in dem Fall. Na gut. So. Das ist dieses hier. Was wollen wir machen? Was wir als allererstes machen wollen, und das wollte ich letztes Mal schon machen. Wir wollen jetzt Skandinavien gründen. Das ist unser großes Ziel. Wir sind gut im Plus, weil wir eine neue Steuer eingeführt haben, nämlich die Proportionalsteuer. Im Moment sind wir dabei, laissez-faire zu beschließen. Kann ich auch noch gleich darauf eingehen. Aber jetzt wollen wir erstmal Skandinavien gründen. Zu Skandinavien gehört Schweden, Norwegen und Dänemark. Diese ganzen Bereiche. Also alle, die uns unterstehen sozusagen. Und theoretisch auch Schleswig-Holstein. Ich weiß nicht, warum das jetzt immer noch so komisch angezeigt wird, dass hier diese Karte drin ist. Das sieht man eigentlich sonst nur im Krieg. Aber wir sind nicht mit ihnen im Krieg. Sie selber sind der Vassal von Dänemark. Und dadurch indirekt auch Vassal von uns. Schauen wir mal ganz kurz. Schleswig. Schleswig-Diplomatie. Personalunion tatsächlich. Ne, es ist tatsächlich sogar eine Personalunion mit Schweden. Skandinavien. Gar nicht mit Dänemark, interessanterweise. Deswegen ist dieser König hier, auch unser König, König Oskar Berner, dort. Hier ist er zu sehen. Ja, wir wollen Skandinavien gründen. Und das geht, ich habe es jetzt nachgeschaut, das geht über die Kultur. Das geht über die Kultur. Und zwar hier. Kulturen. Und da müsste man hier, Nationsgründung, genau. Und da sehen wir Skandinavien. Elf von elf. Mindestens elf Staatsregionen müssen kontrolliert werden, um das Land Skandinavien zu gründen. Wir kontrollieren elf der benötigten elf Staatsregionen ganz, um das Land Skandinavien zu gründen. Wir könnten noch Südfinland, Orland, Österbotten und Schleswig-Holstein dazunehmen. Schleswig-Holstein ist hier unten. Schleswig-Holstein ist hier. Das kontrollieren wir aber eigentlich auch. Verstehe ich nicht. Also wenn wir Jütland und Seeland kontrollieren, was ja zu Dänemark gehört, dann kontrollieren wir ja Schleswig-Holstein eigentlich auch. Und wo ist Orland? Orland, das ist diese Bereiche, ne? Österbotten, genau. Und Südfinland, das ist hier. Wo ist Orland? Das ist hier, nee, das ist West-Karelien. Sehen wir das mal ein bisschen näher drangehen, dann sehen wir das, ja. Südfinland, Österbotten, wo ist der Bereich, der uns fehlt? Ich sehe es nicht. Das ist Norwegen. Orland, ist das hier drüben? Das ist Ingermanland, Novgorod, Tver. Das ist doch eigentlich vom roten Bereich. Vielleicht ist es hier eine Insel. Ja, hier unten ist es, Orland. Okay. Das ist Orland, ja genau. Also es ist im Prinzip dieses finnische Gebiet hier. Diese drei Staaten hier in Finnland. Und Österbotten, Südfinland und Orland. Und dann haben wir eben noch das Schleswig-Holstein, was hier unten dran ist. Was uns auch angeblich nicht gehört. Das ist merkwürdig. Ich glaube, bevor wir Skandinavien gründen, erstmal noch hier was politisch machen. Aber ich glaube, da können wir nichts machen, oder? Wir könnten unsere Beziehungen verbessern. Wir könnten ihnen die Unabhängigkeit gewähren, was ich natürlich auf gar keinen Fall will. Bündnisbilden geht nicht, weil das Klientelland-Abkommen erlaubt es dem Land, seine eigenen Diplomatie-Spiele zu beginnen. Mindestens eine der folgenden Bedingungen ist erfüllt. Schleswig ist kein Klientel-Land einer anderen Nation. Ist ein Klientel-Land vom Typ Zollunion. Schleswig ist kein Klientel-Land Schwedens. Ist ein Klientel-Land vom Typ Zollunion. Ich glaube, das ist schon ein Klientel-Land von uns. Deswegen können wir kein Bündnis mit ihm bilden. Schleswig ist Teil der von Schweden angeführten Zollunion. Hält die Klientel-Land-Beziehung vom Typ Personalunion zwischen Schweden und Schleswig auch recht. Also Unabhängigkeit gewähren geht, glaube ich, eh gar nicht. Also zumindest schaut es so aus, als würde das immer nicht gehen. Hm. Es ist merkwürdig. Es ist wirklich merkwürdig. Ich glaube, es ist tatsächlich ein Bug. Dass dieses Land irgendwie zu uns gehört, aber gleichzeitig auch nicht zu uns gehört. Es wäre halt schade, wenn wir jetzt Skandinavien gründen und das hier außen vor bleibt. Obwohl es eigentlich auch wiederum nicht schlecht wäre, als Puffer zu Preußen. Beziehungsweise zum Norddeutschen Bund. Wir machen das jetzt trotzdem einfach. Komm, wir gründen jetzt Skandinavien. Sei es doch drum. So, hier sehen wir nochmal die vier, die wir nicht. Hier steht Teil, Teilstaat. Eine Staatssekunde, die in mehreren kleinen Staaten aufgeteilt wurde, welche verschiedenen Ländern gehören. Bei einer Teilung wird ein Teil der Ressourcen vorkommen, Gebäude und Pops zwischen den Staaten umverteilt. Sollte ein Land die Kontrolle über mehr als ein Teil des Teilstaates übernehmen, werden diese zu einem einzigen Staat zusammengefügt. Ah, ich verstehe. Weil wir hier Schleswig haben und das hier glaube ich in Wirklichkeit Holstein ist. Deswegen Schleswig und Holstein. Ich glaube es ist so. Weil hier steht nämlich nur Schleswigische Haltung und hier steht Norddeutsche Haltung, weil das hier zu dort Norddeutschen gehört. Aber ich glaube eigentlich, wenn wir uns mal hier nochmal reinklicken. Ja, dann ist das nämlich Norddeutsch-Schleswig-Holstein und das ist Schleswig-Holstein. Die gehören eigentlich zusammen. Aber da werden wir nicht viel machen können, weil ich möchte nicht mit dem Norddeutschen Bund einen Krieg vonstatten gehen. Und wir können, glaube ich, das nicht auf diplomatischem Wege erledigen, dass Schleswig zu uns gehört. Das werden die nicht abgeben. Da bin ich mir relativ sicher. Und das geht, glaube ich, auch gar nicht. Also im Moment ist die Diplomatie noch nicht so ausgeprägt, dass das funktioniert. Dass wir hier um dieses Gebiet hier verhandeln könnten. Ich glaube, wir können ein Diplomatie-Spiel beginnen, natürlich. Und wir könnten einen Staat erobern. Wir könnten zum Beispiel, nee, wir können Schleswig gar nicht erobern, wahrscheinlich, weil wir zu gute Bedingungen, äh, wir haben zu gute, ähm, nicht Bedingungen, äh, wie sagt man, zu gute Verhältnisse, ein zu gutes Verhältnis mit dem Norddeutschen Bund. Und, was ist denn das hier? Memel könnten wir erobern. Zielstadt ist ein Vertragshafen. Hat ein Interesse an Polen. Die Beziehungen zwischen Schweden und Österreich sind zu gut. Ach, das gehört zu Österreich, das ist ja dieses Gebiet hier oben. Interessant. Also wir könnten hier irgendwelche Gebiete erobern, ja, hier so, oder hier so, oder auch hier so, weil wir hier überall Interesse haben. Und wir könnten tatsächlich Hannover erobern, weil sie, die mögen uns ja eh nicht, aber, das habe ich ja schon gesagt, das ist keine gute Idee, weil da Preußen, beziehungsweise der Neudeutsche Bund etwas dagegen hätte. Na gut, dann lassen wir das jetzt mal so, da werden wir nicht, äh, hinkommen. Das wird sich nicht ergeben, dass wir Schleswig, beziehungsweise Holstein vom Norddeutschen Bund bekommen. Also müssen wir in den sauren Apfel beißen und das so akzeptieren, dass es nur zum Teil ist. Unterstützer haben wir im Moment drei, nämlich Norwegen, Schleswig und Dänemark. Hier, dann bleibt ja eigentlich sonst gar keiner mehr, oder? Wir selber sind natürlich dafür. Ähm. Ja, sonst, höchstens Finnland, aber die können ja nicht. Wir brauchen kein Vereinigungsdiplomatie-Spiel, weil es sind ja alle Unterstützer. Dann gründen wir einfach mal Skandinavien. Ich bin jetzt gespannt, ob Schleswig jetzt dazu gehört oder nicht. Schauen wir mal. Ja, es gehört dazu. Es gehört tatsächlich dazu. Sehr schön. Wir haben damit Skandinavien gegründet. Auch Grönland gehört jetzt dazu. Haben eine neue Fahne bekommen. Das ist so eine, naja, so eine Mischung aus einer norwegischen und einer dänischen und einer schwedischen Fahne, würde ich sagen. Sehr schön. Gut. Wir haben damit Rang 10 erreicht. Wir sind also direkt unter Spanien. Haben 4,11 Millionen Einwohner. 20 als Lebensstandard. Ich glaube, das ist sogar der höchste Lebensstandard der Welt, oder? Ne, Bremen ist noch ein bisschen höher. Ja, unser Lebensstandard ist jetzt gesunken, weil natürlich die anderen Länder dazukamen. Vorher waren wir schon besser. Das Bruttoinlandsprodukt sind wir mit 33,7 Millionen über Spanien, aber unter Russland. Prestige. Wie schaut es da aus? Da sind wir auf Platz 10, ja. Das ist ja auch genau, glaube ich, diese Sortierung hier, oder? Mit 324 Prestige. Wir sind noch keine Großmacht. Großmacht, das müssten wir, was müssten wir denn sein für die Großmacht? Ich glaube, das wird uns auch angezeigt. Wo wird uns das nochmal angezeigt? Hier. Wir bräuchten 595 Prestige, um eine Großmacht zu werden. Im Moment haben wir 324. Ja, also wir sind eine gute Mittelmacht. Wir sind sozusagen mitten in der Mittelmacht. Das seht ihr hier, ne? Das hier sind die Mittelmächte. Wir sind mitten innerhalb der Mittelmächte. Könnten aber eventuell zur Großmacht aufsteigen, wenn wir uns hier, wenn wir in diese Richtung hier expandieren sollten. Aber Russland ist ja unser Freund. Ich sehe jetzt nicht, warum wir das machen sollten. Wir könnten in diese Richtung expandieren, zur Hudson Bay, aber da hätte wiederum Großbritannien wahrscheinlich was dagegen. Könnten wir das überhaupt? Da müssten wir erst ein Interesse, glaube ich, an diesen Gebieten kundtun. Hier ist übrigens unsere Kolonie, hier, die in 978 Tagen wachsen wird. Da freue ich mich schon drauf. Und wir haben jetzt auch hier noch eine Kolonie. Diese nämlich, die müsst ihr jetzt auch zu Skandinavien gehören. Genau, Skandinavisch Togo gehört jetzt auch zu uns. Das sind unsere Einwohner, Arbeiter, Landwirte und Aristokraten. Wie viele wohnen denn dort? 1,7 Millionen. Ne, das ist das Bruttoinlandprodukt. 600.000 wohnen dort. Es gibt Probleme mit Malaria. Ja, minus 90% Kolonien, Wachstum. Und plus 15% Sterblichkeit. Ich glaube, die ist schon vollständig entwickelt hier, diese Kolonie. Soweit ich das jetzt verstehe. Okay, da sind Tuchfabriken, Glashütten, aber keine Schwefelminen, blöderweise. Aber genau das ist das, was wir bräuchten eigentlich. Holzfäderlager brauchen wir hier nicht. Wir brauchen eigentlich hier Schwefelhütten. Äh, Schwefelminen. Was gibt's noch? Zucker könnten wir gut brauchen. Färbemittel ist gut. Färbemittel ist gut. Kaffee ist gut. Tabak ist gut. Das ist schön. Und einen Hafen haben wir auch. So, wir haben sogar 100.000 Bauern. Das heißt, wir könnten hier noch weiter ausbauen. Schaut mal, wir sind bei minus 41.000. Das ist schlecht. Das sind die Landesausgaben und hauptsächlich wegen Regierungsgehälter wahrscheinlich, ja. Da müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwas zurückstufen, was die anderen gebaut haben. Ich schaue es mir gleich mal an. So, das ist unsere Kolonie. Wo sind wir denn noch? Sind wir noch irgendwo? Ich glaube, wir sind sonst nirgendwo. Gut. Dann müssen wir jetzt mal alles durchgehen. Dann müssen wir tatsächlich mal alles durchgehen. Was haben die da überall gebaut? Roggenfelder, Vierhöfe ist okay. Hafen ist okay. Da oben ist nichts gebaut. Wir haben 73 Arbeitslose. Das ist aber okay. Dann hier in Jutla. Was haben wir da? Möbelfabrik und Tufabrik. Fischereianlagen. Holzfäller. Holzfäller ist, glaube ich, hier gar nicht so gut, oder? Hier ist eher Landwirtschaft besser. Das heißt, die Holzfäller könnten wir wieder streicheln. Wir haben auch ungefähr 1000 Leute, 1,6000 Leute, die arbeitslos sind. Marinebasen haben wir, Kasernen haben wir, das passt. Hafen haben wir, Einberufungszentren. Die brauchen wir gar nicht so dringend. Und eine Eisenbahn. Das ist erfreulich. Aber nichts, wo ich jetzt sagen würde, das ist unnötig. So, dann hier. In Jutland ist das, glaube ich. In Seeland. In Seeland. Das ist Jutland gewesen. In Seeland haben wir eine Tuffabrik, beziehungsweise fünf. Drei Schiffswerften, was auch sehr schön ist. Zwei Regierungsverwaltungen. Eine Müllfabrik. Drei Fischereihäfen. Zwei Holzfäller. Roggenfelder und Viehhöfe. Da können wir vielleicht ein bisschen runtergehen und dafür eher eine Lebensmittelfabrik bauen. Schauen wir mal. Obwohl, wir haben ja hier noch 90.000 Arbeitslose. Da können wir auch nochmal ausbauen. Bausektor 1. Das ist eigentlich auch okay. 7 Marinebasis, 7 Kasernen und 1 Hafen. Das ist eigentlich alles definitiv okay. Also Dänemark hat schon mal einen guten Job gemacht. Dann schauen wir mal nach Norwegen. West-Norwegen. Werkzeugfabriken, Schiffswerften, Motorenwerke, Stahlwerke, eine Universität. In Oslo wahrscheinlich, oder? Ne, in Christiansand. Oslo ist in Oslo. Oslo, das muss eigentlich hier sein. Dann eine Tuffabrik, eine Papierfabrik, zwei Regierungsverwaltungen. Auch okay. Zwei Schiffelminen, das ist schön. Die brauchen wir auch. Fischereianleger, Holzfäller. Holzfäller, passt das hier? Hier haben wir eher Schiffswerften-Durchsatz und Fischerei-Durchsatz. Okay. Dann haben wir hier noch vier Höfe. Ein Berufungszentrum, dann haben wir hier gleich drei. Die kriegen wir aber heute nicht wieder los. Eisenbahn, zwei. Einmal Hafen, eine Marine, also sechs Marine und fünf Kasernen. Das ist eigentlich auch okay. Schauen wir mal Ost-Norwegen nach. Regierungsverwaltung zweimal, Schiffswerften, Werkzeuge und Uni. Ja, die Uni ist vielleicht ein bisschen teuer. Eisenminen, Holzfäller und Fischerei ist auch okay. Viehhöfe, Rockenfelder, Kasernen, Hafen, Eisenbahn. Ja, ist auch okay. Hier gibt es auch keine Arbeitslosen. Was haben wir hier noch? Das ist Nord-Norwegen. Werkzeugfabrik, Regierungsverwaltung, Tuffabriken, Stahlwerk. Eisenminen, Fischereienlagen, Holzfäller und Walfänger. Walfänger, das ist interessant. Es gibt, glaube ich, Öl. Öl und Fleisch. Vielmehr haben wir keine. Bausektor einen, Hafen einen, Eisenbahn einen, Marine und Kasernen einen. Okay. Und das war es, glaube ich, mit Norwegen. Ja. Dann haben wir noch Island. Das hat er zu Dänemark gehört. Da haben wir eine Fischerei, einen Viehhof und einen Hafen. Und dann haben wir noch Grönland. Da haben wir gar nichts. Grönland steht gar nichts. Da gibt es 4.000 Arbeitslose. Da steht gar nichts. Da könnten wir zumindest eine Fischerei bauen, wahrscheinlich. Oder Fischerei sind die bestimmt gut. Walfangen sind die besonders gut. Dann bauen wir noch einen Walfanganleger. Ja. Mit 4.000, das müsste genau das sein, was sie brauchen. Aber bevor ich baue, möchte ich erstmal hier in die schwarzen Zahlen kommen. Sklavenstaatsregion. Was bedeutet das? Grönland ist isoliert. Man kann Grönland mit dem Markt Skandinavien verbinden, indem man Infrastruktur baut. Ja, wir brauchen einen Hafen in Grönland. Wir müssen tatsächlich einen Hafen bauen. Niedrigter Marktzugriff in Grönland. Ja, weil wir keinen Hafen haben. Papier ist teuer. Wir haben einige unproduktive Handelsrouten. Hier muss ich gleich mal reingehen. Wir könnten weitere Interessen erklären. Und wir haben drei Staaten in Aufruhr. Götterland, Norland und Grönland. Grönland ist auch in Aufruhr. Eieiei. Okay. Götterland und Norland wussten wir schon mal. Das war schon vorher in Aufruhr, bevor wir hier in Skandinavien gegründet haben. Na gut. Teure Militärwagen, Kriegsschiffe und Opium. Ja, gut. Ich lasse jetzt erstmal ein bisschen laufen. Vielleicht verändert sich das ja. Unsere Expedition ist übrigens inzwischen sehr erfolgreich. Mal schauen, ob die am Ende auch zu was führt. Dänemark können wir doch jetzt gar nicht mehr. Das müsste eigentlich auch verschwinden hier, weil es Dänemark nicht mehr gibt. Genau, verschwindet. Erfolgreich freigeschaltet. Ich bin Skandinavier. Ja, ein Erfolg. Das ist schön. Neuer Journaleintrag. Staat inkorporiert wurde im Journal hinzugefügt. Ach stimmt, wir müssen, glaube ich, das auch inkorporieren hier. Deswegen haben wir so wenig Einkommen, glaube ich, weil wir das nicht inkorporiert haben. Das müssen wir auch noch machen. Hier im Journal. Staaten kolonisieren, Staaten inkorporieren. Es gibt elf nicht inkorporierte Staaten, die Inkorporierung an den Staatsanwürden unseren Steuereinnahmen erhöhen und macht es leicht, ihn zu verwalten. Genau. Genau. Sagt mir wie. Mit der Inkorporation eines nicht inkorporierten Staates beginnt man über den Staatsaktionen-Reiter der Politiklinse. Okay. Staatsaktionen-Reiter der Politiklinse. Wo ist die Politiklinse? Hier. Staatsverwaltung. Um einen Staat zu inkorporieren, muss der Staat nicht inkorporiert sein und er darf keiner Kolonisierung unterliegen. Wir haben derzeit elf nicht inkorporierte Staaten. Klicken Sie auf Staat inkorporieren und beginnen Sie nicht inkorporierte Staaten zu inkorporieren. Sehr schön. Skandinavisch Togo könnten wir auch inkorporieren, aber das kostet uns aber Bürokratie. Wir haben 400 Bürokratie. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir die richtigen Staaten wählen, weil ich weiß nicht, ob wir alle inkorporieren können. Wir nehmen auf jeden Fall mal Jutland. Jutland und Seeland. Sie haben jetzt damit begonnen, den ausgewählten Staat zu inkorporieren. Das inkorporiert von Staaten kann viele Jahre dauern, je nachdem wie kulturell ähnlich das Gebiet unseren Hauptkulturen ist. Die Gesamtbürokratiekosten fallen direkt an, aber Vorzüge der Inkorporierung wachsen langsam im Verlauf der Zeit. Okay. Also wir können eventuell nicht alle gleichzeitig inkorporieren. Wir nehmen auch noch Schleswig natürlich und dann versuchen wir noch Norwegen dazu zu nehmen. So. Und ich glaube, mehr können wir wahrscheinlich erstmal nicht uns leisten. Ich könnte Island noch probieren. Island kostet 15 und Kröland kostet 11. Wir können es probieren. Und dann haben wir 10. Wir haben noch Skandinavische Togo und Skandinavische Westindischen Inseln. Wo sind denn die Westindischen Inseln, bitteschön? Die müssten doch hier irgendwo sein, oder? Hier. Da ist Indien. Die Westindischen Inseln. Ich sehe sie nicht wirklich. Ich gehe hier nochmal drauf. Da müssten sie eigentlich auftauchen. Das ist Togo. Und hier müssten sie eigentlich auftauchen. Ich sehe hier was aufblitzen, aber das ist es nicht. Hm. Das hier. Das ist aber Hereroland. Hm. Westindische Inseln. Also eigentlich müssten sie hier auftauchen. Vielleicht wenn ich da drüber gehe. Ja, ja. Dann leuchtet... Also Togo zum Beispiel leuchtet auf, wenn ich drüber gehe. Leuchten die Westindischen Inseln auch auf? Ich sehe niemanden aufleuchten. Hier unten vielleicht? Nö. Was ist denn das hier? Das ist Cylon. Das ist Cylon. Was ist das? Das ist Nova Gorora. Das ist Puticeri. Das ist, glaube ich, Frankreich alles. Bahrain. Das ist dann schon wieder zu weit. Ich meine, Inseln hier könnte es sein. Ne. Das ist Mara. Wir können es, glaube ich, hier suchen, oder? Hier. Französisch-Westindische Inseln. Skandinavisch-Westindische Inseln. Ah, hier sind die. Hier sind die. Oh. Naja, das kommt noch von Kolumbus, ne? Okay. Skandinavisch-Westindische Inseln. Dieses ganz große Gebiet hier gehört alles uns. Aber das ist gerade eine Kolonie, die, glaube ich, gerade wächst, oder? Es ist, ne, es ist keine wachsende Kolonie, aber sie sind auch noch nicht inkorporiert. Okay, verstehe. Was haben die so gebaut? Ja, was jetzt? Staat in Großbritannien. Ich dachte, das gehört zu uns. Skandinavisch-Westindische Inseln. Ah, okay. Das sind die Französisch-Westindische Inseln. Das sind die normalen Westindischen Inseln, die zu Großbritannien gehören. Und das sind die skandinavischen Westindischen Inseln. Das sind, glaube ich, nur diese beiden hier, sind das. Es sind da immerhin 40.000 Leute, die hier wohnen. Interessant. Man teilt sich das dann so ein bisschen. Das ist Französisch, das ist das Britische. Und das hier oben ist das Skandinavische. So ein geteilter Staat ist das im Prinzip, weil da alle zusammen kolonisiert haben. Wahrscheinlich war das Dänemark. Oder es könnte auch Norwegen gewesen sein, die hier kolonisiert haben. Das, glaube ich, können wir jetzt im Nachhinein schwierig rausbekommen. Höchstens versehen die Kultur. Afrokaribisch, Afroantillisch. Und die Kultur sehe ich jetzt. Ich glaube, das ist die Kultur. Das ist ein Teilstaat tatsächlich, ja. Spencer, grüß dich. Schön, dass du da bist. Guten Abend. Wie geht's dir? Was gibt's Neues? Hier haben wir eine Bananenplantage, eine Zuckerplantage und einen Hafen. Das ist doch sehr erfreulich. Bananen, da freuen sich bestimmt unsere schwedischen Leute zu Hause. Gut, das erklärt, warum wir hier so schlechte Einnahmen haben, weil die noch nicht inkorporiert sind. Die Frage ist, wie lange dauert das jetzt, um die zu inkorporieren? Das ist die große Frage. Sehen wir das hier, wenn das dauert? Steht hier nicht wirklich dran, ne? Ja, gut. Ja, wir haben 1,4 Millionen unzufriedene Radikale. Ich hoffe, dass sich das bald verändert, wenn der Lebensstandard besser wird. So, industrielle Arbeitsbeschaffung aktiviert. Sie sind sehr loyal, plus 10% Beitrag zu den Investitionsfonds, sehr schön. Journalentrag, Staaten inkorporiert wurde, wenn zugefügt, das ist klar. Stefan Wallin ist gestorben, der war von den Gewerkschaftern. Was haben die Gewerkschafter jetzt für einen, Anführer, einen Kommunisten. Der ist streng gegen die Monarchie. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht sogar. Aber ich glaube, sind die doch mit 14,2% sind die eigentlich schon ganz mächtig, die Gewerkschafter. Da geht gut, viel zu tun. Ah ja, was machst du denn gerade? Was ist gerade zu tun? Wie geht es mit deinem Artikel weiter? Oder ist der Artikel schon fertig? Du hattest doch einen Artikel zu Wissenschaftlerinnen des 19. Jahrhunderts. Oder irgendwie... Ne, Wissenschaftlerinnen in der Astronomie, glaube ich, hattest du doch einen Artikel. Wie läuft es mit diesem Artikel? Ist er schon fertig? Ist er schon veröffentlicht? Proletarisch, egalitär, populistisch, abolitionistisch. Dienst nach Vorschrift. Ja, die sind sehr unzufrieden. Das können wir uns gleich mal angucken. Da können wir uns nämlich gleich auch mal angucken, was das für ein Gesetz ist, was wir gerade beschließen. Also. Unser König ist Kaiser sogar. Kaiser inzwischen. Oscar Bernadotte. Naja, gar nicht eingebildet. Der Nachfolger ist Fürst François Bernadotte. Das sind alles Franzosen. Unsere Könige sind alles Franzosen. Der Nachfolger ist 8. Er ist schon 71, um Gottes Willen. Er gehört zu den Intellektuellen und ist selber gemäßigt. So, die Industriellen sind in der Regierung mit 12%. Die Kleinbürger mit 37%. Die Gewerkschaften mit 14%. Die Intellektuellen mit 10%. Genau. Und dann haben wir noch in der Opposition die Streitkräfte mit 12,6%. Sehr schön. Und die Gesetze. Kommt im kommenden Jahr viele privaten Dinge zu erledigen. Ah, okay. Viele private Dinge. Ja, das können aber erfreuliche private Dinge sein oder nicht so erfreuliche private Dinge. Ich hoffe für dich, dass es eher erfreuliche private Dinge sind. So, Interventionismus haben wir im Moment als Gesetz. Das bedeutet, wir können Gebäude subventionieren und zwar alle im Prinzip. Wir haben einen Investitionsfondsbeitrag, 5% von den Aristokraten und 25% von den Kapitalisten. Und wir werden schwenken auf Laissez-faire. Das bedeutet, weniger Anleihenzinsen. Also, wenn wir Schulden machen, müssen wir weniger Zinsen zahlen. Und wir dürfen nur noch subventionieren die Infrastruktur und die Handelszentren. Und die Kapitalisten müssen 50% Beitrag zum Investitionsfonds machen. Und wir dürfen diesen Investitionsfonds für alle möglichen Sachen machen. Nämlich für Fertigungswerke, Minen, Holzfällereien, Gummiplantagen, Ölpumpen, Infrastruktur, Walfänger und Fischereien. Sehr schön. Wie schaut es denn mit dem Investitionsfonds aus? Wo steht denn der Moment? Der steht bei 93.000. Dann können wir bald mal einen Walfänger bauen bzw. einen Hafen bauen in Grünland. Das wird super. Anstrengende Dinge, aber nicht so wild. Na gut, okay. Das hört sich gut an. So, was haben wir hier? Eine ungerechte Zugangsbehinderung. Den Aschkenazischen in Seeland wird der Zugang zu einigen Geschäften verwehrt, die von einheimischen Dänischen geführt werden. Jeder muss Zutaten erhalten. Skandinavien erhält die Minderheitenzugangsbehinderung beendet für 5 Jahre. Minus 5% Autorität. Das können wir uns, glaube ich, erlauben. Oder Verkäufer können verkaufen oder eben nicht, an wen sie möchten. Wir haben minus 1 Lebensstandardmodifikate für Aschkenisch. Ne, das finde ich nicht. Jeder sollte Zutritt erhalten. Minus 5% Autorität nehmen wir in Kauf. Ist okay. Können wir ab. Von der Nil-Expedition haben wir auch schon länger nichts mehr gehört. Was ist da los? Frankreich hat das Embargo gegen Großbritannien beendet. Gut. Ist die Inkooperation jetzt schon am Laufen? Sehen wir das hier irgendwo? Das ist die falsche Linse. Müssen wir hin. Ich sehe hier nirgendwo Fortschritt. Ich sehe hier keinen Fortschritt. Es wäre schön, wenn es da irgendeine Übersicht gäbe. Vielleicht bei Kulturen, aber ich glaube nicht. Ne, bei Kulturen ist es nicht. Hier direkt am Land. Am Land direkt. Sehen wir es hier direkt vielleicht. Was ist denn das hier? Das sind kleine Dörfer. Wie sieht es mit deinem Roman aus? Ja, ganz gut. Es ist bald wieder, also bald nicht, aber in zwei Wochen, ja, in zwei Wochen gibt es wieder eine Fantasy-Taverne. Da werde ich mehr über den Roman erzählen. Das ist jetzt, glaube ich, es würde ein bisschen in den Rahmen springen, wenn ich das jetzt erzählen würde. Ich bin aber, ich bin dabei. Ich bin dran. Ich bin dran. Es ist aber noch weit weg von fertig. Das, soweit kann ich es vielleicht sagen. So, minus 10% Technikverbreitung haben wir durch die Landbewohner. Weil sie nicht mehr randständig sind, sondern einflussreich geworden sind. Schauen wir uns das Ganze kurz mal an. Die Landbewohner. Hier. Die können jetzt auch zur Opposition mit 5%. Die anderen randständigen Interessengruppen sind die Grundbesitzer und die Kirche von Schweden. Sie 4,7% und hier 3,4%. Okay. Wir haben relativ viele Radikale. Das gefällt mir nicht. Obwohl, doch, das ist sprungartig gestiegen, als wir Skandinavien gegründet haben. Und das liegt einfach an den anderen Ländern, die jetzt da dazugekommen sind. Ich hoffe, das geht bald runter, wenn der Lebensstandard auch in den anderen Ländern steigen wird. Wir müssen das beobachten. Wir müssen das beobachten. So, unproduutive Handelsrouten. Die sollte ich mal angehen. Öl und Glas. Ja, wahrscheinlich, weil wir das jetzt selber herstellen. Geben wir das mal an. Die Handelsrouten, die unproduktiv sind, die können wir gleich mal raushauen. Hier ist Öl. Da ist Glas, Glas und Glas. Das waren alle, glaube ich, als Importe. Können wir irgendwas vernünftig exportieren? Wir könnten Klipper und Tuch exportieren. Da guckt man uns das doch mal an. Die Handelslinse, Export. Tuch wurde uns vorgeschlagen. Wo ist das Tuch? Da. Ja, aber es ist nichts gerade besonders Gutes, weil wir haben ja Bürokratiemangel. Wie schaut es denn mit Tabak aus? Könnten wir nach Russland verkaufen? Ja, mache ich. Kaufen wir nach Russland. Russland hat den Vorteil, dass wir keine Steuern zahlen, keine Bürokratie brauchen und keine Konvois brauchen, weil es ein Landhandel ist. Dann unsere Luxusmöbel, die können wir nach Amerika verkaufen, also nach die USA. Das wäre möglich. Nach Österreich. Kostet uns aber Bürokratie. Die haben wir im Moment nicht. Russland geht auch hier. Da machen wir Russland. Jawohl. Mit Russland haben wir nämlich einen Handelsvertrag, deswegen kostet uns das keine Bürokratie. Leider kam der Spot, deshalb konnte ich seine Ausführungen nicht hören. Ah, das ist schade. Also, ich wollte dazu sagen, dass ich das in der Fantasy-Taverne in zwei Wochen ein bisschen mehr ausführen werde. Aber, dass ich dran bin. Dass ich dran bin, dass ich gerne ein bisschen weiter schon wäre am Roman, aber dass ich auf jeden Fall dran bin. Und soweit es die Zeit zulässt, weiter dran arbeite. Ja, soweit kann ich das jetzt erstmal beantworten. So, was wollte ich gerade... Wir können mal die Zeit laufen lassen. Ja, das sind die ganzen Handelsrouten, die jetzt nicht mehr effektiv sind. Die Bürokratie ist negativ, aber vielleicht wird sie sich gleich ins Positive drehen. Ja, jetzt hat sich ins Positive gedreht, sehr gut. Tee ist billiger geworden, Parzellan und Artillerie sind alles billiger geworden. Das ist sehr schön, viel ist billiger geworden. Teurer nur die Handfeuerwaffen, die Kohle. Ja, Kohle müssen wir noch ein bisschen für Kohlewerke bauen. Tabak, Opium. Oh, Opium ist richtig teuer. Da müssen wir mal gucken. Kriegssiegelschiffe müssen wir auch mal schauen. Dass wir da vielleicht nochmal ein bisschen Produktion nach oben gehen. Und die Möbel. Klingt gut. Ja, finde ich auch. Denke ich kann man... Also es geht stetig weiter. Das ist das Gute. Also blöd ist es nur, wenn es dann lange ruht. Vor allem, wenn man dann ja total rauskommt aus der Geschichte. Aber ich kann euch schon mal sagen, also ohne es euch jetzt zu nahe zu zeigen, diese Zettel hier, die ich euch jetzt ganz kurz gezeigt habe, diese zwei DIN A4-Zettel sind schon fast vollständig beschriftet. Vorderseite und Rückseite. Alles mit Infos dazu, was ich gerne am Roman noch ändern möchte. So, was haben wir denn hier? Die Pferdekopfpumpen wurden freigeschaltet. Das verbessert die Plantagen, die Kaffeeplantage und so weiter. Und wir haben eine ineffiziente Landwirtschaft. Eine Interessengruppe, nämlich die Industriellen, hat sich über die Existenz von Subsistenzfarmen in Skandinavien-Westindischen Inseln beschwert. Ja, komm. Und sie möchten das gerne abschaffen. Okay, wir sollten dem Rat folgen. Wir haben mehr Migrationsanziehung. Dafür aber haben wir auch mehr Radikale. Aber so viele Leute werden da nicht leben. Ja, dann machen wir das. Wie schaut es mit dem Investitionsfonds aus? Der ist bei 150.000. Dann werden wir jetzt hier mal einen Hafen bauen. Ich weiß nicht, ob der von dem Investitionsfonds überhaupt getragen wird. Wahrscheinlich nicht, oder? Doch, doch, der Investitionsfonds wird geringer. Doch, passt. Gut. Niederländisch-Brasilien hat Rivalität erklärt. Walfang-Industrie wurde beendet. Okay. Weil wir jetzt wahrscheinlich Walfang haben. Alles ist ein bisschen teurer geworden. Stahlbeton breitet sich aus. Okay, wie schaut es mit unserer Forschung aus? Wir müssen tatsächlich hier forschen, mit unserer Kolonie weiter wächst. Wir müssen nämlich die Malaria bekämpfen. Das ist auch einer unserer Ziele, wie ihr unten in der Zielbeschreibung seht. Wo sind wir denn da gerade? Ich glaube, hier bei Gesellschaft, ne? Da forschen wir. Hier. Am Feminismus? Nein. Hier, das machen wir. Malaria-Vorsorge. Nein, das machen wir auch nicht, oder? Doch. Doch, das machen wir tatsächlich schon. Und da sind wir schon sehr weit. Wie lange dauert es denn noch? Noch 26 Monate für die Malaria-Vorsorge. Da oben hätte ich auch gucken können. Wenn wir das erforscht haben, dann wird unsere Kolonie wesentlich schneller wachsen. Die Kolonie wächst nämlich deshalb so langsam, weil hier ganz schlimme Malaria herrscht. Das seht ihr hier. Schwere Malaria haben wir hier in diesem Gebiet. Und wenn wir das erforscht haben, hier, dann werden wir diese Eigenschaft schwere Malaria von der Kolonie entfernen können. Und das ist doch sehr gut. Das ist doch super. Gut. So, wie schaut es mit dem Hafen aus? Da können wir auch hier gucken. Neun Wochen dauert. Dann können wir Grönland an unser Handelsnetz angliedern. Und die Leute werden dann auch versorgt mit allen möglichen Gütern, die sie brauchen. Zwielichtige Verbindungen. Verdrossen über einen langwierigen Gesetzgebungsvorgang, wenn ich lasse fair, ist Olaf Seegren, dass überhaupt eine Interessengruppe Industrielle mit einem Vorschlag an uns herangetreten. Der Prozess ließe sich beschleunigen, wenn er seine persönlichen Verbindungen in den Staatsreparat benutzt. Gewähren wir ihm die Erlaubnis, die Zeit drängen. Wir haben minus 20 Prozent Erlassungszeit, aber die Landbewohner werden unglücklicher. Oder nein, wir machen das nach dem Lehrbuch oder gar nicht. 10 Prozent Erlassungszeit. Ja, also die Zeit spielt jetzt keine Rolle. Das darf ruhig ein bisschen länger dauern. Das stört uns gar nicht. Das passt schon. So, von der Nil-Expedition haben wir schon ewig nichts mehr gehört. Was ist denn da los? Ich hoffe nicht, dass sie jetzt scheitert, so kurz vor dem Ziel. Die Nil-Expedition sucht nach dem Ursprung des Nils, irgendwo hier. Und wenn wir das geschafft haben, dürften wir wahrscheinlich relativ viel Prestige bekommen. Wir sind übrigens inzwischen auf Rang 9. Nein, das bedeutet, wir haben Spanien überholt, was Prestige angeht. Nicht, was die Bevölkerung angeht, da Spanien ungefähr doppelt so groß. Aber der Lebensstandard ist bei uns halt viel größer. Und das Bruttoinlandsprodukt ist auch größer. Das ist erfreulich. So, wir haben eine Protestbewegung, die möchte Interventionismus bewahren. Die sind aber relativ machtlos. Das sind die Grundbesitzer und die Landbewohner. Das interessiert uns eigentlich nicht wirklich. So, schaut mal, der Norddeutsche Bund hat sich doch hier schon wieder ausgebreitet, oder? Das war doch vorher nicht. Oder hat das schon vorher dazugehört? Bremen? Na, ich weiß es gar nicht. Es ist aber ein Vasal. Es ist nicht das eigene, direkte Land. Ich bin gespannt, wann der Norddeutsche Bund hier Deutschland gründet. Das Deutsche Reich, glaube ich, wird dann gegründet. Da unten die Hohenzollern gehören auch schon dazu, zum Norddeutschen Bund. Interessant. Österreich würde das natürlich vermeiden wollen. Können wir mit Österreich denn die Beziehungen verbessern? Können wir nicht. Okay. Wir könnten dann einen Handelsvertrag vorschlagen. Was würden das kosten? Das wäre schon gar nicht schlecht. Achso, das würden sie aber nicht machen. Sieht man ja hier. Wenn wir eine Verpflichtung machen, dann würden sie es auch nicht machen. Okay. Sie möchten keinen Handelsvertrag mit uns. Können wir das hier sehen, mit wie wir einen Handelsvertrag machen können? Ich glaube, hier sehen wir das, oder? Handelsvertrag, Handelsvertrag, Handelsvertrag. Das sehe ich gerade nicht. Verteidigungspakt würde auch mit vier Ländern gehen, tatsächlich. Hier, Handelsvertrag. Doch, Österreich ist noch dabei. Hey, Österreich möchte doch einen. Sie würden diesen Vorschlag aber nicht annehmen. Das macht keinen Sinn. Warum sind die dann grün? Die Niederlande, aber mit denen würden wir auch nicht wollen. Portugal eventuell. Sie würden es aber auch nicht annehmen. Aber das ist ein bisschen knapper. Dann könnten wir noch mit Amerika einen Handelsvertrag machen. Würden sie aber auch nicht annehmen, weil keine Handelsrouten zwischen unseren Märkten bestehen, hauptsächlich. Dann sollten wir mal eine Handelsroute nach Amerika machen. Allgemein sollten wir auch mal mit Amerika vielleicht das Verhältnis verbessern. Geht nicht, weil... Weil wir schon einvernehmlich sind. Okay. Wir brauchen 300 Einfluss dafür. Das ist das hier. Die Taube. Danke Bene Video für das Abo. Zehn Monate schon. Sechs Monate in Folge. Das ist ja toll. Dankeschön. Ja, also ein Handelsvertrag mit... Beziehungsweise irgendeine Handels... Irgendeine Handelsware mit den Vereinigten Staaten brauchen wir. Schauen wir gleich mal. Im Moment ist es schlecht, weil wir nicht genug Bürokratie haben. Das kostet 15 Bürokratie, wenn man einen Handel macht. So. Wenn ich es mal so formuliere. Was ist denn mit dieser Expedition? Warum geht denn das nicht weiter? Vielleicht, weil wir jetzt Skandinavien sind, kann es auch ein Bug sein. Weil wir Skandinavien sind, geht das nicht weiter. Wir haben jetzt übrigens gerade das Geld, das ist gerade gestiegen gewesen. Haben die hier den Hafen fertig gebaut? Ach, hier sehen wir was. Schaut mal. Stand der Inkooperation. 20 Jahre. Da sehen wir das. Okay. 18 Monate hier noch. Aha. Die Niederexpedition wurde erfolgreich abgeschlossen. Das ist ja sehr erfreulich. Unsere derzeitige Expedition verläuft ohne Zwischenfälle. Ja, sie wurde sogar gut abgeschlossen. Perfekt. Aber haben wir davon irgendwas? Steht da irgendwas? Vielleicht kommt es gleich noch. Ja, hier kommt es. Erfolgriere Expedition. Ich will nur ganz kurz gucken, wie lange das dauert. In Newtland dauert es auch 18 Monate. In Seeland auch. Und wie schaut es hier aus? Auch 18 Monate. 18 Monate, 18 Monate. Ich schätze mal, hier auch 18 Monate. Ich schätze mal, in Grönland dauert es deshalb 20 Jahre, weil die keinen Hafen haben. Aber den bauen wir ja gerade. Ne, der haben wir sogar schon gebaut. Er ist sogar schon fertig. Oder weil sie so viel Aufruhr haben. Das könnte auch sein. 29% Aufruhr. Deswegen dauert es wahrscheinlich hier so lang, oder? Schätze ich. Ne, das liegt darin, dass das Heimatland von Grönland nichts mit anderen Kulturen in Skandinavien gemeinsam hat, weil sie eine andere Kultur haben. Sie sind inuitisch. Und die sind isländisch und die sind verwandt mit uns. Deshalb, okay. Deswegen dauert es 20 Jahre. Interessant. So, erfolgreiche Expedition. Jan von Möller ist erfolgreich zurückgekehrt. Die Quelle des Nils wurde entdeckt. Es stellte sich heraus, dass die Quelle eigentlich die großen Seen Afrikas sind. Ausgezeichnete Nachrichten. Jan von Möller bekommt die Eigenschaft Forscher. Jan von Möller ist nicht mehr beschäftigt. Also er kann jetzt wieder als General eingesetzt werden. Und Skandinavien erhält die Quelle des Nils gefunden für 5 Jahre. 5 Jahre lang kriegen wir 25% mehr Prestige. Bedenken und Einwände. Eine Interessengruppe Streitkräfte hat ihren Unmut über küssliche Regierungsentscheidungen zum Ausdruck gebracht, die eindeutig die Interessen einer anderen Regierungsgruppe, nämlich die Industriellen, begünstigen. Wir müssen etwas unternehmen. Die Streitkräfte kriegen 5 Jahre lang Plus 2 und die Industriellen Minus 2. Oder sie müssen akzeptieren, dass wir es nicht immer allen recht machen können. Minus 10% politische Stärke für die Streitkräfte und Minus 1 Interessengruppenzustimmung. Schauen wir uns das Ganze kurz mal an. Wo stehen die gerade? Die sind bei Plus 5 zufrieden. Das bringt uns mehr Technikbonus, also weniger Technikkosten. Und die Gewerkschafter sind eh bei, ne die Industriellen waren das, die sind bei Plus 9. Da kriegen wir auch Minus 10% Technikkosten. Das ist im Prinzip dasselbe. Bloß das sind die Technikkosten für Militär und das sind die Technikkosten für Produktion. Hm. Also wenn wir das eingehen, dann sind die bei Plus 7. Da kriegen wir den Bonus immer noch. Und hier wären wir bei Plus 3, dann kriegen wir den Bonus nicht mehr. Deswegen werde ich das mal sagen, ja das passt schon. Liebe Streitkräfte, ihr habt recht, wir müssen etwas unternehmen. So, und dann, dadurch sind die immer bei Plus 7 und die sind auch bei Plus 7, hat sich also ein bisschen ausgeglichen. Das ist doch gar nicht schlecht. Die sind auch royalistisch. Also die Streitkräfte sind royalistisch, die stehen auf unserer Seite und die sind marktliberal. Die möchten gerne laissez-faire. Ja, das führen wir ja gerade ein. Da müsst ihr euch ein bisschen gedulden. So, britisch-indien hat ein Diplomatie-Spiel an Norddeutschland oder kann in Norddeutschland sich einmischen. Die Vereinigten Staaten haben eine Rivalität in Großbritannien beendet. Auch interessant. Gut, wir sind z.B. bei minus 10 angekommen, das ist gut. Unsere Bürokratie ist nicht so gut, da müssen wir vielleicht mal nachjustieren. Da sollten wir hier in Zwälern am besten... Ne, da haben wir keine Arbeitslosen mehr. Hier. Doch, da haben wir immer noch 21.000 Arbeitslose, das ist also gut. Oh, schaut mal, wir haben 289 Handelszentren, die haben wir aber nicht gebaut, die entstehen selber durch den ganzen Handel, den wir machen. Aber was wir hier bauen sollten, sind eine Regierungsverwaltung, die bringt Bürokratie, ne? Zack, wir bauen eine Regierungsverwaltung, die kostet natürlich jetzt einen Haufen Geld, aber ist wichtig, müssen wir machen. Niedriger Marktzugriff in verschiedensten Ländern, aber wahrscheinlich auch, weil wir in Schleswig-Holstein auch. Das ist merkwürdig, pass mal auf. 17 von 14, ja, in Schleswig-Holstein brauchen wir tatsächlich dringend einen Hafen oder eine Eisenbahn. Wir könnten eine Eisenbahn bauen, wir können auch einen Hafen bauen. Hafen bringt nämlich gleichzeitig auch noch Konvois und Konvois sind wir immer knapp. Deswegen denke ich, baue ich hier nochmal einen Hafen. Ja, wir bauen hier nochmal einen Hafen in Skandinavien, beziehungsweise in Schleswig-Holstein. Militärerweiterung wurde abgeschlossen, unser Militär wurde erweitert, sehr gut, sehr gut. Wir haben uns Militär erweitert, das kam vor allem dadurch, dass wir jetzt Skandinavien gegründet haben, haben wir natürlich das ganze Militär von den anderen Ländern auch bekommen, von Dänemark und von Norwegen. Und haben deshalb, wie viel Militär haben wir denn? Wir haben 87 Bataillone und 28 einberufene Bataillone, also Leute, die wir einberufen können, aus den Fabriken und so weiter, Arbeiter. Der Neudeutsche Bund, wie viel hätte der denn? Der Neudeutsche Bund hätte 258 Bataillone. Österreich hätte 383 Bataillone. England hätte 416, das ist übrigens hier Königin Viktoria, nach der das Spiel benannt ist. Frankreich hätte 279. Ja, der schaut auch so ähnlich aus wie wir. König Louis-Philippe d'Orléans, auch ein Franzose, unser König ist ja auch ein Franzose. Kaiser, Oskar, Bernadotte. Und trotzdem mit Bayern aus, wie viel haben denn die? Wir haben 48 Bataillone, also die hätten weniger als wir. Immerhin ein Land, das weniger hat. Oppositionsmitglieder bringen Forderungen vor. Pragmatischere Mitglieder einer Interessengruppe, nämlich der Gewerkschafter, die der Verabschiedung eines Gesetzes laissez-faire derzeit kritisch gegenüberstehen, und haben angeboten, ihre Erhaltung zu ändern, sofern man ihnen gewisse politische Zugeständnisse macht. Letztere werden allerdings bei einer anderen Interessengruppe Industrielle nicht gerade beliebt. Lassen wir uns auf ihre Forderungen ein, dieses Gesetz muss verabschiedet werden. Wir bekommen plus 15% Erlassungserfolgschance, aber die Industriellen bekommen minus 3. Oder der Kompromiss ist ein Werkzeug, der schwachen, minus 10% Erlassungserfolgschance und plus 1 bei den Industriellen. Ne, wir müssen das tatsächlich machen, wir müssen das durchsetzen. So, die Grundbesitzer sind jetzt auch einflussreich geworden. Interessant. Dann haben wir jetzt hier auch nochmal, nur die Kirche von Schweden ist immer noch nicht einflussreich genug. Aber die mag uns. Aber das bringt nichts, weil sie nicht einflussreich genug sind. So, die Industriellen sind immer noch plus 8, äh, plus 5. Das bedeutet, sie haben immer noch diesen Bonus. Das ist gut. Da hat sich also nichts verändert. Die Gewerkschafter mögen uns nicht, die Landbewohner mögen uns nicht. Auch darin hat sich nichts geändert. Vor allem, weil er ein Kommunist ist und gegen die Monarchie ist. Ich glaube, das hat mit zu tun, dass sie hier gegen uns sind. Ja, und sie sind auch gegen... die Grundbesitzerwahlen, die wir eingeführt haben. Ja. Na gut. So, minus 26, warum ist die Zahl jetzt nicht mehr rot? Jetzt ist sie wieder rot. Komisch, jetzt ist sie wieder weiß. Das ist auch irgendwie merkwürdig. Kriegsläger Schiffe sind immer noch teuer. Da müssten wir vielleicht noch mal was machen. Und die Luxusmöbel sind unproduktiv, die wir nach Russland liefern. Das ist aber schade. Hm, ja gut, aber nur ganz wenig. Das ändert sich vielleicht auch noch mal. Gut. Lebensmittel haben wir eine große Importnachfrage. Wir sollten unbedingt Lebensmittelfabriken bauen. Sobald der Investitionsfonds wieder angestiegen ist, bauen wir mal ein paar Lebensmittelfabriken. Der Bausektor ist durch. Ah, wir sind nur noch bei minus 6. Das ist schön, weil wir hier inzwischen inkorporieren. Ja. Noch 13 Monate zum inkorporieren. Und das hier ist das schöne Grünland. Gibt es da irgendwelche Städte, irgendwelche Dörfer, die wir sehen können in Grünland. Hier gibt es was. Gotthafen. Gotthafen. Sehr schön. Sonst noch irgendwo was? Hier vielleicht irgendwo. Ne. Nur Eis und Fels. Nur Eis und Felsen in Grünland. Hier könnte noch was sein. Da ist aber auch nichts. Wie schaut es in Island aus? In Island gibt es hier einen schönen Wasserfall. Da gibt es irgendwie eine Farm. Hier gibt es einen Geysir. Ich glaube, das sollte ein Geysir sein. Das ist ein Vulkan. Hier gibt es eine Stadt. Oder ein Dorf, besser gesagt. Akureyri. Mit einer schönen Farm. Dann gehen wir mal hier rüber. Da war doch auch gerade noch was. Ne. Habe ich mich getäuscht? Ach so. Das ist alles unbewohnbares Gebiet. Ne. Das ist die einzige Stadt. Oder das einzige Dorf. Akureyri hier. Aber hier ist noch eine Straße. Wo führten die hin? Die führt uns nirgendwo. Ah doch. Hier ist noch was. Isafjördur. Da kam gerade was. Da kam gerade was. Da habe ich gerade was gesehen. Interessengruppe überhaupt geht in den Ruhestand. Nämlich Ola Ross von den kleinen Bürgern. Da muss man mal gucken. Wer kam denn danach? Die kleinen Bürger sind für uns wichtig. Die haben nämlich 36%. Es kam jemand nach, der ist Traditionalist. Er möchte in die Vormundschaft, dass Frauen bevormundet werden. Und er möchte die Staatsreligion einführen. Das werden wir nicht machen. Also beziehungsweise wir haben die Staatsreligion, glaube ich. Wir haben keine Glaubensfreiheit. Oder haben wir Glaubensfreiheit? Mal ganz kurz gucken. Wir haben tatsächlich die Glaubensfreiheit. Wir haben tatsächlich die Glaubensfreiheit. Für die Staatsreligion sind aber ein paar mehr Leute. Für die Glaubensfreiheit haben wir 100 Autorität. Und haben plus 15% politische Stärke für die Kirche. Bei der Staatsreligion haben wir 200 Autorität. Der Schlitzer und Mörder auf freien Fuß wurde erfolgreich abgeschlossen. Und wir haben diesen Mörder halt gefangen. Also bei Staatsreligion hätten wir 200 Autorität und plus 30% politische Stärke für die Kirche. Da sind es nur 15%. Und wir verbieten mehrere Produktionsmethoden dadurch. Und Pops in Skandinavien werden ihre Interessengruppenunterstützung überdenken. Völlige Trennung. Religionen werden aufgrund von folgendem akzeptiert. Immer. Ja. Okay. Das ist nicht unbedingt gewollt. Aber die Staatsreligion, das mag zumindest die Kirche von Schweden sehr gerne. Die Intellektuellen sind aber dagegen, würde dann auf minus 13 gehen. Und die Gewerkschaft ist auch auf minus 19. Krass. Okay. Und die Kirche würde sich dann auf plus 15 verändern. Aber das hilft uns nicht viel. Das hilft uns tatsächlich nicht viel. Gut. Der Schlitzer ist in Ketten gelegt. Der als der Schlitzer von Stockholm bekannte Mörder, der seit langem den Staatswählern heimgesucht hat, konnte endlich festgenommen werden. Der Inspektor umklammerte seinen Gehstock mit fester Hand. Er lächelt kaum. Das Gesicht des Täters wird vom Licht in der Zelle nur schwach beleuchtet. Aus dieser Entfernung sieht er aus wie ein Kindheitsfreund des Inspektors. Sein Cousin jeder andere Polizist. Er hebt nicht einmal den Kopf, als man ihm etwas fadenbrei vor die Füße schiebt. Jetzt ist es vorbei, sagt der Inspektor, der seinen Blick nicht von dem Mann abwenden kann. Das Licht flackert. Jemand hat bereits die Presse informiert. Das Büro ist voll von Stimmen. Der Mörder murmelt etwas, lächelt aber kaum. Wir haben den Bastard. Wir bekommen 10% Autorität für 5 Jahre, weil wir den Mörder gefangen haben. Okay, das heißt, wir haben ziemlich viel Autorität und die könnten wir eigentlich nutzen. Für Diplomatie. Ne, für Politik. Ja, für Politik. Für Erlasse. Fertigungsförderung wäre mehr Dienstleistung, mehr Fertigungswerke. Nationale Wertekampagne. Mehr Assimilierung, mehr Bekehrung. Soziale Durchlässigkeitskampagne, mehr Bildung. Prozales Durchgreifen. Minus 50% Staatsabzüge durch Aufruhr. Und Straßenerhalt. Mehr Infrastruktur, mehr staatliche Baueffizienz. Das ist alles schön. Hier grüneres Gras. Ich glaube, ich möchte tatsächlich, dass da wäre die Rohstoffe, aber ich glaube, ich möchte tatsächlich, dass wir mehr Einwohner haben. In Norland wäre das ganz gut. Wir machen mal die grünere Graskampagne in Norland. Rohstoffförderung könnten wir auch machen in Norland. Da würde es sich eigentlich auch lohnen. Ja. Und in Gotaland auch. Geht das nicht? Hier, Rohstoffförderung in Gotaland. Und wie schaut es denn hier aus? Wo haben wir denn nochmal? Ich glaube, hier unten. Da könnten wir da auch was machen. Ja, es würde auch 100 Autorität kosten. Lohnt sich aber, glaube ich, nicht. Ich glaube, ich nehme mal Jütland. Jütland müsste auch noch relativ viel haben. Oder es wird uns tatsächlich nicht angezeigt, leider. Wie viel hier vier Holzfällereien? Okay. Und hier? Das lohnt sich nicht so. Und wie schaut es da aus? Holzfällerlager, Fischerei. Nee, ich glaube, Jütland wäre da schon ganz gut. Wir machen das jetzt einfach mal. Wir können natürlich auch... Gerade in Gotland möchte ich das eigentlich sehr gerne. Bisschen die Zuwanderung ankurbeln. Ja, das können wir auch noch machen. Also hier die Politiklinse. Erlasse grüneres Gras. Aber das haben wir schon in Gotland. Das haben wir schon. Da machen wir tatsächlich nochmal Rohstoffindustrieförderung. Aber wo? Oder Fertigungsförderung. Ich glaube, Fertigungsförderung in Jütland wäre noch gut. Machen wir das mal. So. Dann haben wir unsere ganze Autorität eingesetzt. Wir sind im Moment bei minus 3,3. Jetzt sind wir wieder im Plus. Das wechselt immer so ein bisschen hin und her. Aber das schaut gut aus. Das schaut gut aus. Das schaut sogar sehr gut aus. Wir haben hier noch elf Monate. Aber wir sind jetzt schon im Plus. Das gefällt mir gut. Das gefällt mir richtig gut. Ein schön gestaltetes Spiel. Ja, Spencer, das finde ich auch. Ein richtig schön gestaltetes Spiel. Die Musik ist auch sehr schön. Das Thema finde ich sehr schön. Das ist das 19. Jahrhundert. Der Aufstieg der Nationen. Die politische Erweckung der Menschen. Das ist ein sehr, sehr schönes Thema. Schön umgesetzt. Es kann an dem Spiel noch viel gearbeitet werden. Absolut. Es kann noch Tiefe vertragen. Aber es ist schon mal ein sehr, sehr guter Start. Sag ich mal. So, ich mache mal ein bisschen schneller. Mal schauen, was gleich passiert. Sehr schön. Das Gesetz wurde verabschiedet. Wir haben das Gesetz laissez-faire. Dadurch kriegen wir schneller die Investitionsfonds voll. Die Grundbesitzer sind dagegen. Sie bekommen minus fünf. Die Landbewohner sind dagegen. Sie bekommen auch minus fünf. Die Gewerkschafter sind sogar sehr dagegen. Sie bekommen minus zehn. Also bekommen wir mehr Radikale. Schaut euch das an. 1,7 Millionen Leute sind bei uns radikal. Die Industriellen finden das toll. Die Weltlieb bekommen sogar plus zehn. Das freut mich sehr. Kommen wir doch mal kurz rein. In Australien sind wir plus sechs. Aber ich glaube, wenn wir das jetzt hochdrehen, die Zeit ein bisschen laufen lassen, dann müssten sie eigentlich... Ne, das wird schon mit reingerechnet. Okay, das ist schon mit reingerechnet worden. Na gut. Dann können wir uns demnächst überlegen, was wir als nächstes Gesetz beschließen wollen. Ich glaube, ich hatte jetzt keins mehr, was ich auf der Liste hatte. Kriegsegelschiffe sind immer noch sehr toll. Da können wir mal was machen. Da können wir eventuell was machen. Wie schaut es mit dem Investitionsfonds aus? Der ist auch schon wieder recht hoch. Wo können wir denn noch ein paar Schiffswerften bauen? Hier zum Beispiel in Skorne wäre das möglich. Da haben wir aber nicht mehr so viele Arbeiter. In Gotaland haben wir noch einige Arbeiter. Das wäre möglich. Wie schaut es denn hier aus? Oh, schaut mal. Hier sind richtig viele Arbeiter. Da könnten wir Schiffswerften bauen. Die sind zwar nicht so produktiv. Und die stellen auch noch Leute ein. Vielleicht sind die auch nicht richtig eingestellt. Das muss ich mir gleich nochmal angucken. Wie schaut es hier aus? Ihr habt keine Arbeiter. Und ihr hier? Ihr habt auch nur ein paar Arbeiter. Ich werde mal hier nochmal eine Schiffswerft bauen. Oder vielleicht sogar zwei. Wir bauen mal hier zwei Schiffswerften. Und die Frage ist, wie sind die eingestellt? Das müssen wir auch mal hier gucken. Bei Gebäude. Wir fangen mal bei städtisch an. Die Lebensmittelfabriken. Die sind auf Bäckereien eingestellt. Das ist okay. Dann hier können wir die auf Konservenfabriken ein. Oder auf Vakuumieren. Auf Vakuumieren glaube ich. Da brauchen wir Öl, Eisen, Getreide, Fisch. Das haben wir alles. Wir können es auf Vakuumieren einstellen. Ja. Machen wir. Vorrang, Lebensmittelfabrikenproduktion finde ich okay. Manuell ist okay. Und dann haben wir hier noch die Hinterzünfte ist okay. Dann die Tuffabriken. Was haben wir da? Färbereien. Weil wir haben inzwischen genug Farbstoffe. Strom haben wir aber nicht. Nähmaschinen und Versprachung für Nähmaschinen. Da bräuchten wir auch Färbemittel. Ja. Können wir machen. Das können wir machen. Okay. Dann Handnäharbeiten. Oder Vorrang für Luxuskleidung. Handnäharbeiten glaube ich passt. Da bräuchten wir aber Seide. Seide haben wir aber nicht. Ah okay. Dann lassen wir lieber Vorrang für Luxuskleidung. Webmaschinen. Da brauchen wir mehr Werkzeuge. Aber ich glaube das ist okay. Webmaschinen gerne. Und dann haben wir Privatbesitz. Hinterzünfte geht hier nicht. Börsennotiert wäre doch eine Möglichkeit. Dann die Möbelfabriken. Mechanisierte Werkstätten. Ja. Mechanisierte Werkstätten bitte. Vorrang für Luxusmöbel. Ich glaube das haben wir genommen. Ich glaube das ist eine falsche Übersetzung. Ich glaube das dürfte nicht Vorrang für Luxusmöbel heißen. Sondern eher Vorrang für normale Möbel. Und die Luxusmöbel werden weniger hergestellt. Sonst macht es keinen Sinn. Dass wir hier nochmal die Luxusmöbelproduktion haben. Oder die Luxusmöbel irgendwie weniger produziert. Also irgendwie macht das keinen Sinn. Präzisionswerkzeuge. Das wären mehr Luxusmöbel. Ich glaube da. Dann lasse ich mal die normale Einstellung. Oder. Wir machen die Luxusmöbelproduktion. Wasserrohrkessel machen wir hier. Genau. Die Glashütten. Kristallglas braucht Blei. Blei haben wir aber nicht. Das ist schlecht. Dann lassen wir mal Waldglas. Dann lassen wir die normale Glasproduktion. Das können wir auch nicht ändern. Okay. Dann die Werkzeugfabriken. Da sind die alle auf Stahl. Das ist gut. Wasserrohrkessel können wir einstellen. Da brauchen wir glaube ich Werkzeuge. Ne. Kohle. Kohle ist okay. Die Papierfabriken. Papierbleiche braucht Schwefel und Ferbemittel. Haben wir beides. Wasserrohrkessel können wir auch hier einstellen. Verbesserter Dünger. Passt auch. Braucht auch Schwefel. Die Schwefelminen müssen wir ausbauen. Kohle und Schwefelminen müssen wir dringend ausbauen. So. Die Stahlwerke. Jetzt wird es interessant. Da müssen wir natürlich das Siemens-Verfahren einrichten. Und Wasserrohrkessel auch. Die Motorenwerke. Dampfmotoren. Motorproduktion. Und hier die Wasserrohrkessel bitte. Verstärkte Holzschiffe. Ausgedehnte Marine-Schiffsbau. Ziviler Schiffsbau. Was brauchen wir mehr? Wir brauchen eigentlich mehr Kriegsschiffe. Also ausgedehnte Marine-Schiffsbau brauchen wir. Ja. Gut. Die Waffenfabriken. Repetitiergewehre passt. Hinterlader passt auch. Gut. Die Stadtzentren. Da würde ich gerne auf Marktplätze gehen. Inzwischen haben wir ja genug Glas. Dann gehen wir auf Marktplätze. Und hier gehen wir auf elektrische Laternen. Haben wir noch nicht. Wir haben noch keine Elektrizität. Wir müssen bei Gaslaternen bleiben. Öffentliche Straßenbahnen verbraucht mehr Transport. Das heißt, der Transport wird ein bisschen teurer. Aber so viel teurer wird er nicht. Das passt. Staatskirchen oder Freikirchen. Bei Freikirchen hätten wir mehr Büroangestellten und weniger Kleriker. Ich glaube, ich lasse mal die Staatskirchen hier. Bei der Regierungsverwaltung standardisiert dieses Ablagesystem braucht mehr Papier. Papier wird teurer. Aber auch wesentlich mehr Bürokratie haben wir dann zur Verfügung. Und auch mehr Besteuerungskapazität. Ja, ja. Das machen wir auf jeden Fall. Professionelle Bürokraten passt. Und hier säkuläre Verwaltung und eine Verwaltungsklerus. Was haben wir denn da? Ich glaube, hier machen wir auch den Verwaltungsklerus. So, bei der Uni. Verschulte Ausbildung oder Institut für Philosophie? Da haben wir ein bisschen mehr Innovationen dafür, aber weniger, doch auch mehr Qualifikationen dafür. Mehr Papier, ne? Aber nur ein bisschen mehr Papier. Das passt schon. Institut für Philosophie haben wir hier. Und auch klerikale Lehrer. Im Handelszentrum ist alles okay. Okay, das wäre städtisch. Dann bei ländlich. Roggenfelder machen wir Dünger. Und hier machen wir gleichbleibende Feldfrucht erhalten. Und Erdewerkzeuge natürlich, klar. Intensive Weidewirtschaft passt auch. Schlachthöfe, Freiluftschlachtung. Da hatten wir die Freiluftschlachtung gemacht. Wo wir hier mehr Fleisch bekommen. Aber ich mache mal Schlachthöfe. Brauchen wir zwei Werkzeuge. Elektrozäune können wir noch nicht machen. Und das können wir auch noch nicht machen. Bei den Kohleminen. Kondensationsmotorpumpe bitte. Dynamit haben wir auch extra eingeführt. Das passt. Wir müssen das jetzt deshalb umstellen. Weil wir ja einige Länder dazu bekommen haben. Und in den anderen Ländern ist das noch nicht umgestellt gewesen. Eisenbahntransport können wir hier machen. Absolut. Bei den Kohleminen ist das ganz wichtig. Dynamit können wir auch hier einführen. Das Dampfhilfsaggregat. Den Eisenbahntransport können wir auch hier einführen. Bei den Schwefeminen machen wir das genauso. Auch hier Dynamit und Dampfhilfsaggregat und Eisenbahntransport. So jetzt wird es interessant. Die Kaffeeplantagen. Grundproduktion oder automatische Bewässerung. Bei der automatischen Bewässerung brauchen wir weniger Arbeiter. Dafür bräuchten wir aber Motoren. Die würden sehr teuer werden. Ich glaube das mache ich mal nicht. Und auch hier kein Eisenbahntransport. Dasselbe auch bei der Bewässerung. Beim Tabak, beim Zucker. Das machen wir alles noch per Hand. Weil sonst bräuchten wir viele Motoren. Das wird uns zu teuer. Und in den Kolonien haben wir ja eher günstige Arbeitskräfte. Die nicht so besonders gut ausgebildet sind. Elektrosiegewerke haben wir noch nicht. Wir haben noch keine Elektrizität. Das müssen wir noch einführen. Weichholz oder Hartholz. Wir machen mal Weichholz. Dampfhilfsaggregat können wir auch hier einführen. Und Eisenbahntransport von mir aus auch. Bei der Fischerei passt auch alles. Beim Walfang ist auch alles okay. Subsistenzhöfe. Die müssen wir eigentlich nicht verwalten. Das machen die selber. Das passt schon. Dann für die Entwicklung. Bei den Kasernen. Da müssen wir glaube ich auch einstellen, dass wir Plänkler Industrie haben wollen. Genau. Und Schrapnell Artillerie. Das ist das Beste. Dafür brauchen wir natürlich auch mehr Munition. Ist ganz klar. Was ist das hier? Ah ja genau. Wundversorgung, Erste Hilfe oder Feldlazarett. Ich sage, da nehmen wir die Wundversorgung, da brauchen wir weniger Opium. Ist zwar auch schlechter. Schlechter Genesungsrate. Aber wir haben ja im Moment eh keinen Krieg. So, die Einberufungszentren machen wir Plänkler Industrie, Infanterie, Schrapnell Infanterie und hier auch Wundversorgung. Bei der Marine Basis Kriegssegel, Schiffe passt. Das ist alles klar. Da können wir eh nichts einstellen. Eine höhere Ausbildungsrate bringt das und mehr Offiziere. Mehr Offiziere bedeutet auch, dass die Leute glücklicher sind, weil sie mehr verdienen. Das passt. So, bei den Häfen. Ankerplatz, Frachthafen, Industriehafen. Industriehafen bringt sehr viel mehr Konvois. Genau. Dafür bräuchten wir aber auch mehr Dampfer. Dampfer haben wir noch nicht. Stimmt, Dampfer haben wir noch nicht. Dann können wir nur Frachthafen nehmen. Da brauchen wir Klipper. Das ist aber okay. Gut, machen wir Frachthafen. Eisenbahn, Dampfzüge, Frachtpriorität oder Holzpassagierwaggons. Bei den Holzpassagierwaggons hätten wir mehr Transport. Dafür weniger Infrastruktur. Aber ich glaube, das ist trotzdem okay. So, und am Schluss noch die Bauvorhaben. Beim Bausektor machen wir Gusseisenbau natürlich. Genau, passt. Super. So, jetzt haben wir unser Land sehr stark umgemodelt. Jetzt müssen wir mal gucken, dass sich das da alles einspielt. Wir brauchen mehr Transport. Wir brauchen mehr Transport, so wie es ausschaut. Transport und Glas. Okay. Mehr Transport bedeutet, mehr Eisenbahn müssen wir bauen. Wir müssen mehr Eisenbahn bauen. Haben wir hier überhaupt schon eine Eisenbahn gebaut? Ich glaube nicht. Dann bauen wir doch mal eine. Dann bauen wir hier doch nochmal eine Eisenbahn. Okay, überall mehr Transport, offensichtlich. Und Glas. Inaktive Handelsrouten. Die Handelsrouten explodiert die Ware hart toll zu dem Markt. Britisch ist nicht aktiv. Was bedeutet denn das? Wünsche dir auch einen schönen Abend. Ja, dankeschön, dass du da warst, Spencer. Ich wünsche dir auch einen schönen Abend. Und denk dran, in zwei Wochen ist wieder Fantasy-Taverne. Würde mich sehr freuen, wenn du vorbeikommst, wenn ich dich dort sehe. Natürlich bist du auch immer gerne auf Twitch willkommen, aber auf der Fantasy-Taverne besonders. So, teure Handelswaren, unproduktive Handelswaren. Okay, okay, okay. Schauen wir uns das gleich mal zusammen an. Also, erstmal hier. Inaktive Handelsrouten. Warum sind die inaktiv? Das wundert mich ein bisschen. Wir lassen das mal. Vielleicht, wenn wir nicht genug Hartzolz haben, können das sein. So, die machen wir. Ups. Dann machen wir die inaktiven auch weg. Das macht mich nur nervös. Wir können Fleisch exportieren. Das ist doch schön. Das probieren wir mal. Fleisch exportieren. Fleisch nach Norddeutschland. Jawohl. Nach Großbritannien. Ja. Nach Russland. Auch gut. Spanien wäre noch interessant, weil wir mit denen auch einen Handelsvertrag haben. Aber Spanien sehe ich jetzt gleich nicht. Wie Uhr haben wir es denn? Fast neun. Okay. Ähm, gut. Was ist denn hier los? Sozialistischer Demagoge. Was soll das sein? Das ist die Eisbahn. Sven Obelitz, das Oberhaupt einer Interessengruppe, wird rasch beliebt beim Volk. Die radikale sozialistische Botschaft der Gleichheit, wie sie von Sven Obelitz verbreitet wird, erweist sich als ungeheuer Anziehen für die unteren Schichten. Zwei Jahre lang bekommt er mehr Beliebtheit. Sollte er haben. Soll er haben, wenn er möchte. Gut. Ja, die brauchen hier alle mehr Infrastruktur. Also wir sollten vielleicht die Holzfällerlager doch nicht über die Eisenbahn transportieren lassen. Ich glaube, das ist zu heftig. Wo sind die Holzfällerlager? War das bei ländlich? Ist doch bei ländlich, ne? Hier, Holzfällerlager. Machen wir doch Straßenkarren. Ja. Ich glaube, das ist zwar für die schlechter, aber für uns besser, weil wir da nicht so viel brauchen. Die Stadtzentren brauchen Glas und die Kasernen. Ne, die Stadtzentren brauchen hauptsächlich Glas. Okay. Wir brauchen also mehr Glas. Wir importieren bitte Glas. Aus Großbritannien und aus Russland könnten wir theoretisch auch. Aus Frankreich geht auch. Genau, da haben wir ja auch inzwischen einen Handelsvertrag. Und aus Norddeutschland geht es auch. Sehr gut. Also wir importieren Glas. Sollte passen. Gut, wo produzieren wir denn Glas? Ich glaube, wir produzieren irgendwo, produzieren wir doch Glas. Das könnten wir nochmal ausprobieren. Hier haben wir noch Glashütten. Das könnten wir ausbauen. Wir haben sogar, wir hätten hier sogar noch Kapazität, was die Arbeiter angeht. Dann bauen wir doch mal hier die Glasfabrik aus. Sehr schön. Und können wir hier, ja stimmt, da haben wir auch nochmal so viele. Da könnten wir doch eigentlich auch mal eine Lebensmittelfabrik bauen. Lohnt sich eigentlich immer. Und die Papierfabrik wäre auch nicht schlecht. So ganz allgemein. Hier auch. Lebensmittelverbräck. Ja, damit. Schaut es da aus. Da haben wir keine Arbeitslosen. Da haben wir ein paar Arbeitslose. Da könnten wir auch noch was bauen. Aber wir haben den Hafen nicht voll besetzt. Und wir Arbeitslose haben wahrscheinlich, weil wir nicht das nötige qualifizierte Personal haben. Schätze ich mal. Wir werden jetzt trotzdem aber hier schon mal einen Walfänger bauen. Um auch Grünland ein bisschen nach oben zu bringen. Wie lange brauchen die noch für ihre Konvertierung? 19 Jahre. Krass. Hier sind es noch sieben Monate. Also bald durch. Eisen und Papier. Und hier nur noch die Munition. Da haben wir es tatsächlich geschafft, die Schiffe günstiger zu machen. Das ist schön. Aber Eisen und Papier. Jetzt nur noch das Eisen. Und wir brauchen mehr Munition. Vielleicht machen wir es dann doch so, dass wir hier die Kasernen vielleicht doch nicht die Plänkler-Infanterie machen, oder? Vielleicht machen wir doch hier lieber das da. Das ist auch billiger. Die uneinheitliche Infanterie. Ja, und hier dann auch die weniger arbeitsintensive Infanterie-Schwerpunkte. Das ist, glaube ich, besser. Was ist jetzt los? Verlust des Rangs. Was? Wir waren gerade eine Großmacht. Wir waren eine Großmacht. Okay, wieder zurück. Wieder zurück. Wir machen das hier doch. So, wir sind eine Großmacht, Leute. Wir sind auf Platz sieben. Wir sind direkt hinter Russland. Wir sind eine Großmacht, weil wir durch den, durch den verstärkten Ausbau des Militärs, okay, gut. Da müssen wir, da müssen wir das irgendwie hinbekommen, die Munition zu produzieren. Aber wir haben ja auch eine Munitionfabrik. Wir haben hier irgendwo eine Munitionfabrik. Ich glaube hier in Swerland, ne? Wo wir es auch hier sehen können. Munitionsfabrik ist städtisch. Munitionsfabrik, Munitionsfabriken. Wo haben wir die hier? Hier, Waffenfabriken in Scorname. Das sehe ich nur in Scorname Waffenfabriken. Wir stellen aber keine Munition her, sondern die stellen Handfeuerwaffen her. Wo stellen wir Munition her? Das müssen wir mal ganz kurz gucken. Das müssen wir mal kurz gucken. Das ist echt merkwürdig, warum wir hier so ein wenig Marktzugriff haben. In Island und so weiter. Vielleicht liegt das auch daran, dass die erst noch inkorporiert werden. Das kann schon sein. Hier, Munition. Lass uns mal kurz gucken. Ich möchte mich mal gerne über die Munition informieren. Die wird in Munitionsfabriken gebaut. Und Munitionsfabriken brauchen wiederum Sprengstoffe und Blei. Und Blei haben wir nicht. Wo kriegen wir wiederum Blei her? Ich schau mal ganz kurz, wo wir Blei herkriegen. Blei. Aus Bleiminen. Und wo wiederum kriegen wir Bleiminen her? Bleiminen kann man natürlich nur dort errichten, wo es auch Blei gibt. Sehen wir das hier irgendwo? Hier. Bleiminen können wir nicht. Gummiplantagen könnten wir eventuell. Hier, Bleiminen können wir bauen. Wo haben wir Bleiminen? In Swerland ist das tatsächlich so. Können wir in Swerland eine Bleiminen bauen? Das wäre ja hervorragend. Dann lass uns das mal machen. Ja, da können wir tatsächlich eine Bleiminen bauen. Wir haben ja sogar ein paar arbeitslose Bauern. Das ist hervorragend. Dann bauen wir hier doch mal eine Bleiminen. 53 Wochen dauert das. Aber das ist es wert. Das ist es wert. Sehr schön. Eisenminen und Bleiminen. Wunderbar. Damit brauchen wir mehr Munition. Eine Munitionsanlage brauchen wir das auch noch bauen. Die können wir vielleicht hier in Gröterland bauen. Das haben wir nämlich noch nicht. Munitionsfabrik, genau. Wir brauchen eine Munitionsfabrik. Jetzt brauchen wir richtig viel, aber trotzdem sind wir gar nicht so im Minus. Das freut mich. Wir sind eine Großmacht. Das ist doch cool, oder? Das ist richtig cool. Das freut mich sehr. Skandinavien ist eine Großmacht. Ja. 390 Tage noch, bis unsere Kolonie hier unten wächst. Als Großmacht brauchen wir natürlich eine Kolonie. Wir haben jetzt auch schon die Kolonie. Vielleicht können wir da auch nochmals ausbauen demnächst. Nämlich die Schwefelmine würde ich ganz gerne ausbauen. Wir haben 107.000 Arbeitslose. Auch den Hafen können wir definitiv ausbauen. Ja, brauchen wir auch. Wir brauchen ein bisschen mehr Infrastruktur hier. Also Schwefelmine und Hafen würde ich hier gerne ausbauen. Wie schaut es in unserer Kolonie hier in Amerika aus? Da haben wir auch einen Hafen. Den könnten wir vielleicht auch ausbauen. Ja, doch. Können wir machen, wenn der Rest steht. Spanien möchte gerne in ein Bündnis mit uns reingehen. Das können wir annehmen. Können wir annehmen. Warum nicht? Haben wir denn schon ein Bündnis eigentlich? Ich glaube, wir hatten ein Bündnis mit Russland, oder? Ne, wir haben nur eins mit Spanien. Verteidigungspakt haben wir mit Russland. Da können wir auch ein Bündnis mit Russland eingehen. Ich schaue mal ganz kurz. Das müsste aber auch hier wieder möglich sein. Diplomatenaktionen, Bündnis. Verteidigungspakt? Verteidigungspakt, Bündnis. Ne, leider möchte keiner mit uns an Bündnis eingehen. Ihr seht, die Welt ist rot. Finanzieren wir, Handelsvertrag wäre eventuell möglich. Österreich, aber Österreich möchte ja nicht. Die Vereinigten Staaten. Das wäre eine Möglichkeit. Da sind wir bei 87. Na gut, wir sind bei ungefähr minus 20 dann. Wenn wir eine Handelsroute mit ihnen hätten. Das sollten wir auch demnächst einführen. Wir haben genug Bürokratie. Das mache ich jetzt. Eine Exporthandelsroute. Schauen wir mal. Nach Amerika. Dass sich da irgendwo was lohnt. Dünger würde sich eventuell lohnen, ja. Jetzt lohnt sich alles irgendwie nicht. Handfeuerwaffen? Auch nicht. Holz? Auch nicht. Kaffee? Wollen sie alles nicht. Kleidung? Kleidung lohnt sich aber auch nur ganz ein bisschen. Kriegssäge-Schiffe würde sich lohnen, aber die brauchen wir eigentlich selber. Lebensmittel? Hier, Luxusmöbel. Die lohnen sich. Das machen wir mal. Normale Möbel eventuell auch, ja. Ja klar, als Schweden muss man natürlich Möbel exportieren. Das ist ja auch logisch. Stahl. Stahl lohnt sich auch sehr. Sehr gut. Zucker können wir exportieren nach Russland und Norddeutschland. Und nach Großbritannien eventuell auch, nach Frankreich auch. Ja, sehr schön. Öl würde auch gehen. Machen wir Öl. Und das war's. Muss man irgendwas importieren? Eigentlich nicht. Sei der eventuell. Alles teuer. Schauen wir mal, was es bei Kohle irgendwas gibt. Ja, wir könnten amerikanische Kohle importieren. Machen wir das mal. Kann nicht schaden. Wir können auch Blei importieren. Ja, Dampfer. Dampfer wäre auch noch interessant. Elektrizität müssen wir auch mal ausbauen, ne? Wie schaut's mit Elektrizität aus? Oh, schaut mal. Da haben wir richtig viel noch eingereiht. Das muss ja auch erstmal alles gebaut werden. Aber vom Geld her schaut's ganz gut aus. Wie schaut's hier von der Inkorporation aus? Vier Monate nur noch. Vier Monate, dann sind die ganzen dabei. Nur Grönland dauert noch länger. Und ich glaub, die restlichen Staaten, zumindest diesen Staat hier, kann ich auch inkorporieren. Ja, für 84. Sehr schön. Dann inkorporieren wir den auch. Skandinavisch Togo. Und wie schaut's da aus? Das ist aber keine Kolonie mehr. Vielleicht möchte ich das gar nicht. Ich muss das vielleicht doch abbrechen. Ich glaub, wir brechen das ab. Ich glaub, das möchte ich gar nicht inkorporieren. Ich glaub, das bringt mehr Nachteile als Vorteile, ne? Bringt mehr Probleme, sagen wir mal so. Ja, dafür ganz gut. 1872 haben wir. Das bedeutet, wir haben... ...40 Jahre, bald 40 Jahre gespielt. Also fast die Hälfte des Spiels. Und wir haben immer noch Munitionsknappheit. Aber das ändert sich hoffentlich bald. Und Eisen ist ja teuer. Ja, Eisenmine müssen wir dann bauen. Eine Eisenmine müssen wir bauen. Okay. Da verändert sich einiges jetzt. Die Munition ist sogar noch teurer geworden. Das gibt's doch gar nicht. Munitionsfabrik mal weiter nach oben fahren, hm? Jetzt wird aber erstmal die Eisenbahn in Norland gebaut. Was auch nicht schlecht ist. Da wird eine Lebensmittelfabrik gebaut. Da freu ich mich auch schon drauf. Sehr schön. Wir sind sogar im Plus, obwohl wir so viel bauen. Das ist ja hervorragend. Was wollten wir in Skandinavien noch bauen? Da wollten wir doch auch noch was bauen, ne? Da wollten wir... Nee, eine Wallfänger, den bauen wir schon. In Skandinavien sag ich schon, in Grönland natürlich. Hier haben wir keine arbeitslosen Leute. Da brauchen wir nichts bauen. Da auch nicht. Da können wir noch was bauen. Da bauen wir, glaube ich, eine Lebensmittelfabrik. Wenn ich mich nicht täusche, oder? Ne, die bauen wir gerade. Gut. Hier bauen wir auch eine Lebensmittelfabrik. Sehr schön. Da haben wir jetzt alle in die Arbeit gebracht. Das ist auch gut. Hier hätten wir noch eine Möglichkeit. Da können wir die Papierfabriken auch nicht ausbauen. Wir bauen hier mal drei Papierfabriken. Und wir brauchen mehr Schwefel. Da bauen wir auch noch mal drei Schwefelminen. Hier genauso. So, auch hier bauen wir mal zwei Schwefelminen. Ja. Sehr schön. Der Rest ist eigentlich in Lohn und Brot. Wir haben jetzt nirgendwo viele arbeitslose. Oder Bauern. Höchstens hier vielleicht nochmal 38.000. Die können wir noch versuchen, irgendwo unterzubringen. Und sehen wir, zum Beispiel, Motorenwerke bauen. Aber die suchen ja gerade schon Arbeitskräfte. Also eher schwierig. Schwimmhäfen wurden freigeschaltet. Plus als Hafenmaximalstufe. Ach, die Bleimine. Stimmt, da bauen wir ja gerade schon eine Bleimine. Und jetzt haben wir schon wieder keine Arbeitslosen mehr. Das schwankt auch extrem schnell hin und her. Das ist irgendwie nicht so gut. So, dass es immer je nachdem, was angezeigt wird. Ja, ja, Bleimine. Wir können dann natürlich auch... Ne, jetzt sind es wieder 20. Schaut mal, 20 und 0. Gerade eben waren es noch 50.000 oder 40.000. Das kann ja auch irgendwie auch nicht sein, oder? Jetzt sind es wieder 11.000. Das ist wirklich sehr, sehr schwankend. Ich weiß nicht, woran das liegt. Okay, wir bauen hier mal zwei Bleimine. Bleimine können wir gut brauchen. An Bendy gebaut. Wir sind hier weiter unten. Okay. Als erstes hier wird die Glashütte gebaut. Und dann das ganze Zeug hier in Norwegen. Gut. Sehr schön. Also wir sind fast im Plus. Wir zahlen auch relativ wenig Zinsen. Das ist gut. Staat inkorporiert. Wunderbar. Unsere Staaten sind inkorporiert. Rudolf von Erheim ist gestorben. Der gehörte zu der Kirche von Schweden. Na gut, die hatte eh keinen Einfluss. Deswegen interessiert uns das nur peripher. Ein Mann auf der Straße. Die Mannhausverschiedenheiten zwischen Interessengruppen, Kleinbürger und Inkludere sorgen für Konflikte in der Regierung. Kein Fortschritt kam je voran, ohne dass man eine Theorie in die Praxis umgesetzt hätte. Kleinbürger bekommen minus zwei. Sollte Intellektuelle sollen mit den Füßen am Boden bleiben. Die Intellektuellen bekommen minus zwei. Oder wir brauchen Fortschritt, aber in sicherem und verlässlichem Tempo. Kleinanarien verliert 25% Autorität. Das ist schlecht. Gucken wir mal, auf wen wir mehr verzichten können. Die Kleinbürger oder die Intellektuellen? Die Intellektuellen gehen auf minus fünf. Das würde uns ein Negatives bringen. Und zwar würde uns das bringen weniger Prestige, glaube ich. Genau, minus zehn Prozent Prestige. Und die Kleinbürger würden auf minus drei gehen. Das wäre uns relativ egal. Da würde sich noch nichts verändern. Okay, dann an die Kleinbürger. Der Norddeutsche Bund tut sich im Moment nichts, interessanterweise. Beziehungen verbessern mit Österreich können wir machen. Dann sollten wir das auch machen. Hargwöhnisch sind sie ja. Wir können ja nicht von den Krieg. Ihr habt euch ja gegen uns geschlagen. Und nicht andersrum. Wir haben uns ja nicht gegen euch geschlagen. Schaut uns, schaut hier unten unsere Kolonie aus. Noch 88 Tage. Oh, das schauen wir uns jetzt, das schauen wir uns auf jeden Fall jetzt noch an. Und danach werde ich, denke ich mal, den Stream für heute beenden. Ja. Gummi in Togo entdeckt. Und in Dahome. Aber in Togo, warte mal, doch, wir haben Togo. Wir haben Togo. Gummiplantagen, sehr schön. Ich muss gleich nochmal angucken. Hier in Togo, was ist denn da? Eigenes Gummi, genau. Eigenes Gummi. Wir haben in Skandinavisch Togo erfolgreich Kautschuk angebaut. Etwas, was angesichts der Empfindigkeit der Bäume und der schwierigen Bedingungen, unter denen sie wachsen, außergewöhnlich ist. Dieser Ort scheint am besten dafür geeignet zu sein. Plus 25 Migrationsentzug oder wir sollten vorsichtig sein, den Boden nicht auslauern, entdeckt die Ressourcen von Dahome. Ne, ne, alles gut, alles gut. Ja, alles sehr schön. Wo ist der Gummi? Da ist der Gummi. Neun Gummibäume können wir bauen. Noch brauchen wir kein Gummi. Aber bald brauchen wir Gummi. So, 71 Tage. Mal ein bisschen schneller. Wir sind im Plus, Leute. Obwohl wir bauen, wie die Wilden, sind wir ziemlich im Plus. Das ist schön. Ups. Mal Lagevorsorge freigeschaltet. Perfekt. Und in dem Moment, Feminismus auch, okay. In dem Moment ist die Kolonie schon gewachsen. Sie wächst wieder in 77 Tagen. Jetzt wächst sie richtig schnell. Das ist sehr schön. Das heißt, wir brauchen eine neue Technologie. Und was können wir jetzt nehmen? Was können wir jetzt jetzt nehmen? Ich würde mal hier Richtung Produktion mal wieder gehen. Wir hätten hier zum Beispiel den Stahleisenbahnwagon. Schaltet den Tankwagen für die Böhlohranlagen frei. Das brauchen wir eher nicht. Drehventilmotor für die Fabriken. Bessere Fabriken. Ja, das wäre nicht schlecht. Stahlbeton für zu Plastik. Drehmaschinen. Ne, Dreschmaschinen, Entschuldigung. Für die Landwirtschaft interessant. Stickstofffixierung für die Landwirtschaft. Das wäre nicht interessant. Wir kriegen wir chemischen Dünger. Lichtbogenverfahren wäre wiederum für die Produktionsmethode für die Stahlwerke interessant. Telefone. Schaltet die Elektrofabriken frei. Elektrische Kondensatoren für die Tuchfabriken. Okay. Gummi. Für die Gummiplantagen. Ach, da kriegen wir erst die Gummiplantagen, wenn wir die Gummi-Mastifikation haben. Das ist ja interessant. Okay, aber irgendwie so richtig umhauen tut mir noch nichts. Schauen wir mal hier kurz. Film. Plus 5% Prestige. Film. Der schwedische Film. Jetzt haben wir hier noch. Philosophischen Pragmatismus. Minus 5% Bürokratie. Bevölkerungskosten-Multiplikator. Das wäre auch nicht schlecht, weil wir haben nicht so viel Bürokratie. Doch, im Zwischenwesen haben wir schon wieder super viel Bürokratie. Politische Aufwiegelung. Plus 10% Autorität und plus 1% erwarteter Mindestlebensstandard. Antibiotika. Ja, auch schön, ne? Multilaterale Bündnisse. Zentralplanung. Internationale Handelsstandards. 10% mehr Gelddruck. Mehr Geld, ja. Und das Stahlskelettbau. Besserer Bau. Das wäre natürlich auch schön. Machen wir mal das. Machen wir mal das. Und jetzt haben wir ja so viel Bürokratie. Ich glaube, wir könnten uns tatsächlich erlauben, die Institution auszubauen, oder? Und zwar, das Kolonialamt können wir ausbauen. Dadurch wächst unsere Kolonie schneller. Das mache ich doch einfach mal. Wir könnten es auch auf Stufe 3, glaube ich, machen. Und hier könnten wir eventuell die Gesetzeshüter aktualisieren. Da hätten wir weniger Radikale und weniger Aufruhr. Geht das sogar auf Stufe 5? Könnten wir uns das erlauben? Ich weiß es nicht. Ich probiere es einfach mal aus. Wir können es ja auch wieder rückgängig machen. Aber ich glaube, wir haben genug Bürokratie. Und jetzt schauen wir mal hier. In 77 Tagen wächst die schon wieder. Das ist ja hervorragend. Beitritt zum Kampf um Afrika. Das wachsende Kolonialreich in Afrika zusammen mit neuen Mitteln zur Bekämpfung von Malaria hat Skandinavien zu einem ernsthaften Anwärter auf die koloniale Kontrolle auf dem Kontinent gemacht. Holt die Karten und Machtstäbe raus. Jawohl. So schaut es aus. Unser Kolonialreich in Afrika steht auch in den Kinderschuhen, könnte jedoch in Zukunft ein wichtiger Akteur in der Region werden. Sieben oder mehr nicht-unkooperierte Staaten in Afrika besitzen. Löst das Ereignis unser Platz an der Sonne aus. Ja, sehr schön. Ja, ja. So machen wir das auch. Können jetzt hier richtig schön kolonisieren, weil das können die anderen Länder, glaube ich, alle noch nicht, weil die diese Malaria-Problematik haben. Die haben wir nämlich nicht. Wenn wir noch mehr Kolonien gründen eigentlich, war das bei Politik, wo waren das noch mal? Hier war das nicht, weil das war die Klimatie. Ne, das war nicht bei Diplomatie. Doch, wir können noch nie gründen. Wir können tatsächlich noch eine Kolonie gründen, wenn wir wollen. Das kostet uns zwar Geld, aber wir können uns das leisten, denke ich. Wir können versuchen, auch Nama gleich mal zu kolonisieren. Könnten wir machen. Was bringt denn Nama? Schauen wir uns das mal ganz kurz an. Was haben denn die? Die hätten Kohle. Die hätten auch Kohle, genauso wie Herero hätten die Kohle. Komm, das machen wir. Wir sind im Plus, obwohl wir so viel bauen, das können wir uns leisten. Das können wir uns locker leisten. Zack. 153 Tage, weil wir haben jetzt die Malaria besiegt und jetzt geht es richtig ab. Jetzt geht es richtig ab, aber wie es dann weiter abgeht, das werden wir uns dann im nächsten Stream anschauen. Für heute ist Schluss. Wir stehen sehr gut da. Wir sind eine Großmacht geworden. Wir sind im Rang 7. Wir haben irgendwann angefangen hier mit Rang 21 oder sowas. Wir haben uns hochgekämpft bis zu Rang 7. Wir stehen sehr, sehr, sehr gut da auf der Weltbühne. Unsere Lebensbedingungen sind 19,4. Das heißt, wir sind eigentlich von den Großstaaten, der Großstaat mit den allerbesten Lebensbedingungen für die Leute. Nach uns kommt erst lange nichts. Der Norddeutsche Bund, der hat 18,7. Der ist vielleicht vergleichbar. Und dann vielleicht kommt das nächste Frankreich. Also wir sind da schon sehr, sehr weit oben, was die Lebensbedingungen angeht. Ja, Baden, Bremen und Brunei haben höhere, aber Brunei eigentlich genauso viel wie wir. Die haben aber nur 200.000 Einwohner. Gut, die haben immerhin, die haben auch nur 50.000. Und die haben, Baden hat immerhin 1,8 Millionen. Und ja, das ist mit uns eher noch vergleichbar. Gut, mal ganz kurz gucken, was hatten wir denn als Ziele in unsere Dinge geschrieben. Malaria bekämpfen, haben wir geschafft. Das haben wir noch reingeschrieben. Kolonie ausbauen, haben wir geschafft. Weniger Aufruhr, äh, weniger Aufruhr, haben wir das geschafft. Ich weiß es nicht, wir gucken mal kurz. 1,93 Radikale, 1,393 Millionen Radikale. Also eher haben wir mehr Aufruhr wie vorher. Aber gut. In Norland haben wir immer noch Aufruhr, gell? Mit 41 Prozent. Ich verstehe es immer noch nicht, wie wir das runterkriegen. Das verstehe ich nicht. Ich glaube, wir müssen einfach hier das ein bisschen ausbauen, gerade hier oben, damit die bessere Lebensbedingungen haben. Verkäufer, Kapitalisten und Ingenieure. Also eigentlich soll es denen gut gehen. Ich verstehe nicht, warum die so radikal sind. Das ist echt merkwürdig. Arbeitslust in 484. Also eigentlich müsste es denen gut gehen. Lebensstandard ist auf 20. Verstehe ich nicht. Na gut, können wir uns beim nächsten Mal vielleicht mal ein bisschen noch drum kümmern. Und versuchen, Norland aus seiner Radikalität und aus seinem Unfrieden herauszubringen. Also für heute war es das mit unserem Let's Play Victoria 3. Und jetzt gehe ich erstmal in den Quatschmodus rüber.